Ja, wir fahren mal nach Camp Woodwind. Jep. Der Zufall hat bestimmt... Oh Gott, da bin ich letztens gesnackt worden. Camp Holzwind. Letztens. Wann hast du das zum letzten Mal gespielt? Äh, vor ein paar Tagen. Oh Gott. Weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt habe? Ein paar Tage länger her. Schon ein bisschen länger her. Ja, ist Jahre her, genau. Ich habe mit Katrin zusammen gespielt. Mit wem? Katrin. Katrin Ilz. Ah. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin einer berühmten Autorin gespielt. Und du nicht. Merkst du, ne? Wir spielen auch deine Autorin. Sie muss nur noch berühmt werden. Hey, ich bin international bekannt. Die in Österreich wissen, wer ich bin. Okay. Sie ist eine berühmte Autorin, die international bekannt ist. Ich nehme alles zurück. Wenn man es über die Alpen gepackt hat, dann... Ja, dann kann man mit Elefanten und so, ne? Mhm. Das klingt falsch. Ihr seid auch solche Elefanten. Äh... Bewegungsscanner, EMF und Kräucherstäbchen müssen wir machen. Ich habe EMF dabei und ne Kamera. Also, Foto. Ich habe Foto-Handy. Aber ich nehme so ein Puch. Ich habe einen Gefrierbrand dabei. Äh... Das ist gut. Okay, das Interessante... Aber der hat mich das letzte Mal schon gekillt. Ja, dann wird das jetzt wieder machen. Mhm. Das hat nämlich so ein bisschen an Dead by Daylight hier. Oh, guck mal hier ist das Spiel. Ich habe ein Brett gefunden. Soll ich ein Bild machen? Ja. Ey, gib... Nee, ich wollte gerade ein Bild machen. Du stellst dich vor mir. Ich habe ein Bild gemacht. Er ist so gemein. Ich wollte auch ein Bild machen. Ja, nimm den Baseballschläger. Meinungsverstärker. Versteck dir gleich mal die Meinung. Ja, dazu ist er ja da. Und wo wir von Kassel sprechen. Hallöchen, Katrin. Vielen Dank für deinen Raid. Schön, dass du da bist. Ich habe dir eine... Wir haben gar nicht über dich gesprochen. Gelästert. Wir haben nur gelästert. Das ist richtig. Wir würden lieber Foto sein. Ich habe Knochen gefunden. Ja, mach ein Foto. Mach ich doch. Wim Klausel, mein Knochen. Und ich hoffe... Das ist sogar so ein Generator wie bei Dead by Daylight. ...ein angenehmes Stream und... ...überhaupt und so. Ja, genau. Ach, das ist, ob du kotzen müsstest. Seid gegrüßt. Ja, es ist ja auch nicht sehr... ...hygienisch in dieser... Mach mal ein Bild von mir. Was? Wo bist du? Hier. Wie war das Dreh? Drone anbieten. Wie war das Spiel? Und äh... Ich glaube, der Shoutout sagt, ihr habt Ip und Ob gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich, glaube ich. Ja, so ein Koop. Ah. Musste das sein? Ich habe... Ich habe das Zelt nicht aufgemacht. Hast du das Zelt aufgemacht? Nein, wie denn? Ich stand hinter dir. Ich war es nicht. Das Zelt... Wer kommt auf die Idee, diese Farbe für ein Zelt zu nehmen? Das ist so... Ihhh. Nee, man sieht die Blutflecken nicht. Aber in dem Zelt nur 2,7 Grad. Also in dem Zelt ist es gerade 1,1 Grad. Das Zelt ist gerade selbst geöffnet. Und ja, du hörst da definitiv eine Niveau hinter. Äh. Zelt Platz. Jetzt ist es 5 Grad. Aber gerade eben was. Jetzt haben wir wieder 3. Hier liegt ein Handy im... Da ist es ein Handy. Es ist ein Elektrogeist. Was kann man denn mit dem Handy eigentlich machen? Man kann irgendwas mit dem Handy machen. Da hat die Geister... Ich nutze den Leiter als Wecker. Ja, stell dir einen Wecker. Wenn du tot bist, dann... Äh... Er weckt sogar Tote. Warte, warte, warte. Ich habe nur... Was ist das? Das ist mein Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch gerne, oder? Ich habe einfach mal das Buch reingelegt. Mal gucken. Gut. Wenn er da rumspuckt, mag er vielleicht auch eine Autokamme geben. Ich habe hier bei dem Baum... Bis jetzt. ...der sich so komisch bewegt. Oh, das ist ein Gummibaum. Das ist ein Ent. Nein, ernsthaft? Es ist ein Gummibaum. Das ist doch doof. Es ist definitiv ein Gummibaum, so wie er sich bewegt. Ich gehe jetzt. Ich lege einfach mal das Buch hier vorne am Baum ab. Ich finde ja, diese Schlafsäcke sehen irgendwie komisch aus. Hast du jetzt gesagt. Und in dem Zelt, wo ihr zuerst wart, habe ich auch 1,2 bis 5,8 Grad. 0,8. 0,3. 0,1. Ah, ich habe Interaktionen fotografiert. Sogar zwei. Wow. Ich habe nicht fotografiert. Das muss doch reichen. Nee, die Interaktion habe ich fotografiert. Auf dem Zeltplatz wurde ich schon gegessen. Überreste. Ja, ich wurde heute auch schon gegessen. Und Kitty hat dabei zugeschaut. Also Neo. Ja, 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 ja. So, was haben wir denn schon? Nichts, ne? Ne. Das haben wir schon. Nichts. Gar nichts. Also wie gesagt, 0,1 Grad hatten wir schon, aber das ist leider immer noch keine Gefriertemperatur. Ist das mal in dem roten Zelt, ne? Mhm. Man kann immer noch nicht springen. Deswegen bleibe ich an dieser Scheißkante hängen. Ist das dumm. Das Zelt ist von selbst aufgegangen. Es hat selbst gesagt, hallo, ich bin's. Hi. Ja. Wir sind Hase. Hi, Hasi. Oh. Twerken, wir müssen twerken, Baby. Wieso, wie wär's mal ins Zelt? Oh. Es hat kurz... Es macht Geräusche, es macht Geräusche. Ich hab zwei. Ausschlag von zwei. Damit würde ich zum Arzt gehen. Würde schon Sinn machen. Die Kamera zeigt da vorne. Ganz deutlich. Mag jemand das Salz hier fotografieren? Wir haben Fußspuren. Moment. Ja, da vorne ist übrigens eine Fußspur direkt am Boden. Ja. Ich seh sie. Also ich seh sie in der Kamera. Ja, fotografieren bitte. Das heißt, wir haben immerhin schon mal Fingerabdrücke. Ja. Sonst nahe nix. Hält das als Fingerabdrücke? Ja. Ich hab keine Ahnung. Fußabdruck. Fußabdruck ist auch ein Fingerabdruck. Füße sind auch Fingerabdruck. Deine Füße sind nur degenerierte Finger. Ach so, na dann. Fingerabdrücke und... Was haben wir noch? Nichts. Genau. Fingerabdrücke und nichts. Ah, schön. Jetzt blitzt es, aber es regnet nicht. Toll. Das ist super. Danke, Wetter. Schön. Also ich hätte es auf jeden Fall durchgestürmt. Und wir haben Opse. Ja, wir haben Opse. Wir haben Opse. Garstige Opse. Benji, Hantu, Obacke. Obama. Ist es bestimmt schon wieder ein Handtuch? Ist es garantiert wieder ein Handtuch? Dann hätten wir gefriert Temperaturen, wenn es ein Handtuch wäre. Ja. Er schmeißt Dinge durch die Gegend. Okay, Benji, bräuchten wir noch... Dortprojektor. Also dortprojektor oder Gefrier. Hat er einen dortprojektor hingelegt? Nein. Ja, der... Ja. Gefriertemperaturen könnte man eigentlich quasi aus. Aber wir können noch einen dortprojektor dran machen. Also Boxen, die hoch ist weg. Wir sollten den ins Zelt stellen, weil ich glaube, der kommt da gerade nicht raus. So, ich kann den ja... Kann ich den von der Wand wieder abmontieren? Ja. Ja, ich hätte aber keinen zweiten gebracht. Genau. Ne, kann ich nicht. Ich habe den doch ins Zelt gemacht. Nein. Ne. Da ist einer draußen. Doch. Ich hatte den ins Vorzelt gemacht. Kann ich den nicht irgendwie... Wo ist denn die Kamera? Wo ist denn die Kamera? Soll ich das Ding hinmachen? Toll. So. Da ist einer. Jetzt haben wir... Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Jetzt brauchen wir aber noch... Vielleicht noch eine Kamera, die da ist schön rein. Dingst. So. Sollten wir einen Bewegungskerner haben, funktioniert das jetzt auch. Ich finde es übrigens schön, dass wir von unserem Auto aus ins Zelt gucken können. Ja. Und Hallöchen Rose, sei gegrüßt und auch dir danke für dein Rate. Was gab es bei dir? Wie war es? Und wie geht es dir? Oh oh. Stand vor mir. Stand vor mir. Hast du ein Foto gemacht? Ja, ich glaube schon. Hat Musik gemacht. War ein ganz komischer Geist. Habe ich ein Foto gemacht? Wurdest du gefressen? Ne. Ich bin noch da. Toll. Da ist das mit dem Bild steht Fußabdruck, aber man sieht den Geist. Boah. Bitte. Seht ihr ihn? Aber nicht, dass er dort sind. Oh Gott, dieser... Dieser... Ja? Dieser Robotio-Modus ist doof. So. Jetzt habe ich es richtig geschrieben. Tut mir leid. Und auch dir ein... Hallöchen. Wo du grüßt. Sei gegrüßt. Es gab Dead by Daylight. Ja, das ist fast, bevor wir fast passen zu. Da dachte ich, hier passt es doch. Ja. Bei diesem Level hier. Das ist schon im Wesentlichen. Hier ist es bei Dead by Moonlight, aber... Ja. Aber gut, wir haben zumindest schon mal einen Haufen Beweise und Fotos und überhaupt. Der hat Überreste gefunden. Echte UV-Fußabdrucker vom Geist. Ja. Ja, die Aufgaben haben wir alle erledigt. Wir müssen nur noch rausfinden, was es für ein Geist ist. Keine Dots. Hatten wir Orbs? Keine Dots, keine Benji. Ja, Orbs haben wir. Okay. Das ist ein Obake. Aber wir haben noch den Haufen. Fingerabdrücke, EMF. EMF hat der. Ja, EMF war bis zwei schon mal. Aber ich glaube, ich glaube... Du weißt, dass ich morgen bei dir im Team bin, ne? Ich glaube, ich habe Dots gesehen. Ich schaue euch, Profis bei Osnabler. Hört zu. Alles klar. Dann gerne. Glaubst du, du hast Dots gesehen? Hm. Warte. Gerne doch. Was? Ich glaube, ich habe noch was gesehen, was da durch vorbeigeruscht ist. Waren lustige Runden. Wie läuft es bei euch? Bei uns läuft es auch sehr gut. Also wir haben auch sehr viel Spaß. Hauptsächlich. Deswegen, weil Dreyf von uns heute das erste Mal seit langem reitschaut. Vorne in links im Zelt, ne? Halt, Lübchen, Dreyf. Ich hoffe auf die. Ja, links im Zelt. Hatte ich, glaube ich, was gesehen. Ich kann auch mal rausgehen. Wer ist denn eigentlich am beklopptesten gerade? Ich. Ja. Entschuldigung. Soll ich noch was mitnehmen, wenn ich schon mal dabei bin? Stopp, 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 stopp. Da ist was durch die Opse gelaufen. Oder durch die Dotze. Dann ist es eine Banshee. Okay. Wenn da was durch die Dotze gelaufen ist, dann... Wir haben die Aufgaben alle. Es ist gedotzt. Wir haben nur den Knochen noch nicht gefunden. Möchte ich immer den Knochen suchen? Ich möchte ihn nicht suchen. Wir haben den Knochen. Wir haben den Knochen. Ich habe den Knochen gefunden. Du hast sie nur schnell gegessen, als du reiten konntest. Psst. Guter Snack. Okay. Alle eingecheckt, dann fahre wir. Alle eingecheckt. Jep. Banshee. Theatralische Taschen... Dingsabgang. Was hat das bewegt? Das Zelt. Das Zelt. Oh, na toll. Das war ein Jokai. Das war ein Jokai. Was ist denn? Der war doch gar nicht auf der Liste. Was? Das war ein Jokai. Ein was? Es kann kein Jokai gewesen sein. Das Spiel behauptet dies. Joprüler sagt nein. Das Spiel ist ge... Nein? Jokai. Was hat denn Jokai? Geisterbox? Geisterorbs? Geisterorbs und Dots. Ja, Dots haben wir gesehen. Box. Orbs haben wir auch gesehen. Dots haben wir gesehen. Orbs habe ich auch gesehen. Und Box. Aber wir haben noch Fingerabdrücke gehabt. Wir haben einen Fußabdrücke gehabt. Fußabdrücke. Nein, Fußabdrücke und Fingerabdrücke sind das Gleiche. Alfredическаяabdrücke ist das Gleiche.